Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wo du alle Fische in Jedi Survivor finden kannst. Dadurch wirst du dann auch automatisch die Silbertrophäe Scuba Tauchgang freischalten. Und mit diesen Worten zeige ich dir jetzt auch direkt als nächstes, was du tun musst, damit du überhaupt erst einmal Fische einsammeln kannst. Zuallererst musst du Scuba an der jetzt gezeigten Stelle im Video rekrutieren. Nachdem du das dann gemacht hast, ist es dir von diesem Zeitpunkt dann an möglich mit Scuba Fischen zu gehen. Insgesamt gibt es zwölf Fische, die folgendermaßen aufgeteilt sind. Zehn Fischfundorte kannst du auf Kobo finden und die restlichen zwei befinden sich auf Jeddah. Und bevor ich das Video jetzt kommentarlos weiterlaufen lasse, habe ich noch eine kleine Info für dich. Den ersten Fisch kannst du direkt an der jetzigen Stelle mit Scuba einfangen. Und mit diesen Worten lasse ich das Video jetzt kommentarlos weiterlaufen und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem restlichen Video. Was ist das? Der sagenumfobene Fahrfisch. Was ist das? Karel, bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln und antworte dem alten Skuba. Bin ich ein imposanter Fischer? Karel, bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln. Karel, bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln. Karel, bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln. Ist es hier unten nicht etwas dunkel zum Angeln? Ein echter Fischer braucht keine Sonne, um etwas zu sehen. Ein echter Fischer sieht mit dem Geist. Lachen Fischer Halt, du blöder! Achso, es ist nur Kerl. Entschuldige die raue Begrüßung, mein Junge. Ich bin immer angespannt, wenn ich den fingerlippigen Gabon angle. Und weiter. Oh! Okay. Was geht's los? Hör auf wegzulaufen. Oh Eden, die Raiders haben diesen Ort vermint. Dieses Zeug ist überall. Das gefällt mir gar nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Ziehen Sie den Widerstand auf! Ich werde das hier genießen! Zielvoll! Seht euch um! Für die Jedi ist in dieser Galaxis kein Herz! Wir werden sie eliminieren! Wir werden sie jagen und auslöschen! Weichen nicht von deinem Frieden ab! Was ist das? Säure? Halten wir Abstand! Ein Junge! Skuva, hey! Was wartet diesmal unter der Oberfläche? Diese seltsamen Gefilde beherbergen einen überaus mysteriösen Bewohner! Den klebrigen Schleicher! Schleicher? Was ist das? Sieh das? Sieh das? Ja! Sieh das? Das war's für heute. Oh, sicher war es kein Genuss. Doch was handelst du? Ich jade den wilden Mie-Fisch. Wusstest du, dass der Mie der erste Fisch war, den der kleine Skuba gefangen hat? Hallo, Junge. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sprengen! Sprengen! Er funkelt vor Fisch! Sprengen! 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 Pass gut auf dich auf, ja? Pass auf, wo du hinsiehst, mein Junge. Der furchterregende Rayfish kann seinen Gegner mit einem blendenden Lichtblitz betäuben. Pass auf, wo du hintriffst. Sind wir in eine weitere, gefährliche Expedition geraten? Also, der wilde Schlangenfisch frisst am liebsten Krabben. Die Auslöschung ist frisch poliert, falls die Auslöschungskraft da eine Inspektion machen. Ich habe die Auslöschungskraft. Ich habe die Auslöschungskraft. Ich habe die Auslöschungskraft. Ich habe die Auslöschungskraft. Ihr solltet Hör auf zu jammern, Junge. Du erschreckst noch die Fische. Hast du mir nicht zugehört? Gehört schon. Aber ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Es ist der Krach, Junge.